Aber insgesamt denke ich, war das doch glücklich. Wir waren, denke ich, 60 Minuten lang nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Sicherlich, wenn das Tor gegeben wird und dann 1-1. Vielleicht läuft es dann ein bisschen anders, aber ich denke, dass das, ja, das war glücklich. Babelsberg war besser, gerade erste Halbzeit, war aggressiver, wollte das mehr und wir haben sehr, sehr spät erst ins Spiel gefunden. Dann allerdings auch wirklich alles an Herz und Leidenschaft reingeworfen und mit diesen Tugenden haben wir, denke ich, dann dieses Spiel umgebogen. Aber trotzdem, wie gesagt, Babelsberg, das war eine super Leistung gewesen, gerade in der ersten Halbzeit und es war eher glücklich.